Hey, was ist denn für einer? Achso. Okay. Ach, ja. Ach, oh nö. Was kommt denn? Ah, was seid ihr denn für welche? So. Okay. So geht's auch. Der Reiterbobbel. Jep. Sind also auch eigentlich nur kräftigere Engel. Zack. Tschüss. Und du. Ey. Ich will es nur dann wieder schicken. So. Da unten scheint wohl Grimm zu sein. Wir schauen aber erstmal, was hier oben noch so ist. Das gibt's doch nicht. Mein Gott. Dankeschön. Das ist wieder so ein Artefakt-Dings. Artefakt-Soldat. Was haben wir da? Okay. Naja. Kann man diese Chronosphären-Dinger irgendwie auswählen? Oder eins. Nee. Keine Ahnung. Nein. Gott. Nein. Mhm. 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 Okay. Oh. Da ist ja noch was. So, lohnend, Sonder an Vulcrim. Hi. Ja. So. Ja, wollte ich im Grunde nur geben. Sei gegrüßt. Und die Position halt aufdecken. Okay. Ach, da kann er sich nicht festhalten, da scheuert er sich ja die Hände auf. Ja, ich hab' ja schon vorher gesehen. Mach mal nicht so'n Wind. So. Ach, nö. Hab' ich richtig gefreut, mich zu sehen, hab' ich das Gefühl. Geht doch. Zack. So. Jetzt wird er wieder wütend. Ey. Ey. Ja, und wir dann den Hintern zu drehen, ne? So haben wir das gerne. Ja. So. Ja. 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 Ist das da oben ein Gegner? Es sieht irgendwie... Achso, es ist nur so ein Viech. Ähm... Nee. Okay. Ich würd ja... Kann man das nicht irgendwo verschieben? Hm, offensichtlich nicht. Achso, ich hab verstanden. So. Beam me up, Scotty. Komm! Nein! Ich muss doch da an die Truhe. Halt dich doch fest! Kann doch nicht so schwer sein. So. Und... Hopp. Sollst auch nicht direkt fliegen. Schön hochgepackt. Aber es hat funktioniert. So. Blutbad. Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und generiert noch schneller Chaos. Das ist sehr schön. Ich brauch aber kurz meine Truhe wieder. Hm, Truhe. So, komm. Danke für den Lift. Ach Gott, endlich. Ich... Hm... Nein. Noch mal Glück gehabt. Wunderbar. So. Jetzt darf ich nur keinen Fehltritt machen. Ah, nee. Na ja. Was soll's. Hm, 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 hm. So, jetzt wären wir hier drin. Okay Ach Ja, an dem muss ich wohl vorbei Nein So, erstmal da gucken Kann ich vom Seil aus auch werfen? Das muss ich ja können So gesehen Kann ich aber nicht Ja, wirf mich daneben Gott, das wird mega eng Ja Ach so, so war das Verdammt Ja, ganz toll Da trifft der einfach nicht Oh, hat tatsächlich geklappt Hätt ich jetzt, ehrlich gesagt, weniger erwartet Das war allerdings knapp So So Tschüss, ihr blöden Viecher So, ist da hinten noch was? Nö Okay Oh, eine Wolken-Position Ach, eine Wolken-Position So So Das Ascheland Oh Das ist uncool Die sind doch unter der Erde Okay 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 Ich hoffe, das ist die richtige Lösung Ich kann hier nämlich Ich kann hier nämlich gerade nicht station Samael Samael hat, was die Würmer betrifft, nicht untertrieben Und der Stygian soll der große Böse sein Da hinten war noch eine Truhe Naja So Ich hab gesehen, dass da irgendwas angeflogen kam So 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 Ey Zack Und tschüss So Hm Ich weiß nicht, ob mir das Beben jetzt gerade so gefallen hat Ach, nee Naja, was hat ihr denn für welche? Das ist schon blöd, wenn Viecher, die man mit einem Mal zerrupfen kann, in den Nahkampf müssen So Das waren alle Ähm, ja Ah, da haben wir so einen Krono-Dings Kann ich vielleicht Ähm Oh, bei der Gnade Ach Nee, jetzt ernsthaft, wo ist Gnade? Da wächst jetzt mal die vielleicht auf zwei Drei Wo ist mein Pistülchen? Hm Ja, ganz toll Oh, ich kann auch Neue Sachen zuweisen Ja Ja Ähm Okay Ganz toll, aber ich möchte gerne jetzt meine Pistole Ich weiß nicht, wo ist das? Ich weiß nicht, wo ist das? Ja Ich weiß nicht, wo ist das? Vielen Dank.